Hallo, mein Name ist Hans-Werner Mayer, ich bin Schauspieler und ich möchte, dass die zukünftige Regierung auch eine entschieden sozialdemokratische Handschrift trägt. Denn ich finde es wichtig, dass bei Fragen wie Klimawandel, Migration, Globalisierung immer auch der soziale Aspekt mitgedacht wird. Ich möchte in einem Land leben, in dem jeder auskömmlich leben kann. Und ich möchte in einem Land leben, in dem Kunst und Kultur als systemrelevant gelten und diejenigen, die Kunst und Kultur hervorbringen, ebenfalls auskömmlich leben können. Das haben Sie, lieber Herr Scholz, uns versprochen. Darauf vertraue ich. Darum unterstütze ich Sie. Ich wünsche Ihnen alles Gute für den Wahlkampf.